Und wir sind bereit zum Torwandschießen. Robin Ramke steht hier. Herzlich Willkommen. Wie das schon heißt du? Robin Ramke. Das ist aber richtig Power-Dain. Du kommst aus Bremen, oder genau gesagt? Ne, Landkreis-Ollenburg ist das genau. Also in der Nähe von Bremen. Ja? In welchem Verein spielt sie? T.S.V. Garnakesee. Und die A-Jung möchte ich auch ganz gerne grüßen. Ja. Aber du spielst nicht nur, du bist auch Trainer. Ne, ich bin auch Trainer und Schiedsrichter. Schiedsrichter? Ja. Wie kommen wir denn dazu? Immer im Verein, die brauchen die Paar. Mensch. Am Nachwuchs mangelt es nicht. Du hast dich beworben mit einem Video bei YouTube. Da gucken wir mal rein. Ein Typ mit Ecken und Kannen, kann ich nur sagen. Achtung. Hier. Natürlich alles im ersten Versuch. Das wissen wir ohnehin. Pass auf. Hier. Zack. So geht das. Ja. Da musst du erstmal drauf kommen, oder? Heute ist hier eher das Gratlinie gefragt. Wenn man aus der Gegend von Bremen kommt, ist man Werder-Fan? Ja, genau. Lieblingsspieler? Äh, Pizarro. Pizarro. Ja, der hat auch getroffen. Ja. Ja, dann möchte ich aber hier einmal, hier 1,5. Das war nicht so doll. Dann würde ich sagen, dann lass uns einfach loslegen. Und wir haben das so gedacht, ist ja eine Mannschaft. Und Verena macht drei unten. Und Christian dann drei oben. Auf geht's, Verena. Kann losgehen. So. Wo ist die Unterstützung für die Europameisterin? So, da wäre ja schon beinahe, da wäre ja beinahe schon mal eine Leuchte kaputt. Liebe Zuschauer, das Betreten des Studios ist wie immer auf eigene Gewehren. Hier ist es aber. Und der letzte. Ah. Robin, jetzt hier. So, wo sind die Fans aus dem Norden? Und der letzte Runde rechts. Ja. So, jetzt Christian Reif, jetzt wollen wir sehen. Also noch unentschieden. 0 zu 0. Ah, ja. Nicht so schlecht. Ah. Er steigert sich. Es ist der dritte Versuch, Christian. Der dritte Versuch. Wie in Barcelona. Ah. So, Robin. Robin Ramke mit der großen Möglichkeit. Zwei Karten für Bayern gegen Real. Ja. Gewonnen hast du schon, aber komm, eine einlegen wir noch drauf. Einen, hauen wir noch rein hier. Super, und wir gratulieren. 1 zu 0. Anders als Werder. Ja. Viermal, zwei Europameister weggeputzt.